Aller guten Dinge sind drei, ohm. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me to prove your faith. I will ask one more thing of you. Yes, lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Deaths. Gut, dass wir auch das geklärt hätten. Aller guten Dinge sind drei. Als Entschädigung für die Probleme im letzten Video habt ihr immerhin das Info bekommen. Und, äh, natürlich möchte auch noch Kane entschädigt werden dafür, dass ich ihn zweimal so abrupt hab sterben lassen. Oh, ich mag gar nicht dran denken. Jumpman. 99 Bomben. Was ich mir hier alles entgehen lasse. Ja, haut ab. Haut ab. So. Geht kaputt. Geht. Wow. Vorsicht, Junge. Vorsicht, Junge. Vorsicht, Junge. Geht kaputt. Gut. Geht kaputt, Häufchen. Ah, ich hätte mir erst das Pentagramm holen müssen, das mir hier sicherlich gleich mehr Schaden gibt. Oh. Finde deine sieben Crystal Bombs. Und da ist der Secret Room. Boom. Okay. Eventuell finde ich noch eine Bombe. Und dann kriege ich schon mal doppelt so viele Bomben, wie ich dann hätte. Weil so kriege ich, glaube ich, nur eine Bombe. Oder kriege ich zwei. Dann wäre das natürlich, ich spare es mir trotzdem aus, solange ich es nicht benutzen muss. Wow. Ich lebe gefährlich. Unnötig gefährlich. Oh, seid ihr viele Gegner. Aber zum Glück kann man euch nacheinander machen. So, dass es absolut kein Problem ist. Ja. Knapp. 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 Geschafft. Fliegen. Oh, schnelle Fliegen. Schnelle und regelmäßig fliegende Fliegen. Wenn hinter Fliegen, 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 Fliegen. Na. Toller Daumen. Hunger. Oh. So halbherzig. Mach doch ein. Raaah. Ich schrei dir doch die Seele aus dem Leib. Und nicht so ein Raaah. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Und. So hab ich dich am liebsten. Scheiß auf die Klo-Fadda fliegen. Fliege mal hin und her. Oh. Okay. Letzte Phase. Äh. Nächste Phase. Zweite Phase. Und. Wow. Ha ha. 1a ausgewichen. Ja. Da staunt hier was. Ups. Gotta lick them all. Lick the bandages. Dummer Schaden. Ausgewichen. Ja. Hm. Da wär noch ein zweiter Schlüssel. Äh. Hm. Ja komm. Lick nochmal rein. Und. Oh yeah. Schön. Goathead. He accepts your offering. Oh. Bitte nicht raus teleportieren. Dann nehmen wir lieber die Clubs. Weil. I found Pills. Äh. Seht ihr? I found Pills hatte nicht einen negativen Effekt. Ich glaube Puppertät ist jetzt was negatives. Drei Münzen. Rechtfertigen nicht einen Besuch im Shop. Dafür kauft man sich auch keinen Lollipop. Schlüssel für Key. Nein. Tausche ich nicht. Außer ich wüsste nicht, dass da der Secret dumm ist. Aber ich weiß ja, dass er da nicht ist. Die Vase wird auch nicht aufgesprengt. Aber das Leben wird sich geholt. Und tschüss. Halbes Herz. Niemand mag dich. Man steht nur auf volle. Volle. Ich dachte schon, das wäre der Boss. Warte, wäre ich da reingekommen, wenn ich schnell genug gelaufen wäre. Okay. Ihr erledigt euch mal selbst. Danke. Muss ich das nicht erledigen. Ihr erledigt euch auch alle von selbst. Drei Schlüssel sind eine super Sache. Schlüssel, Schlüssel. Und. Ach du warst der Böse. Ja. Jetzt bist du nicht mehr böse. Eine Pille. Speed down. Haha. Brauche ich unbedingt. So. Sterben. Ja, ja. Geh. Mach die Vasen kaputt. Du hättest mehr Vasen kaputt machen können. Was? Glaubst du etwa nicht mehr an die Optimierung? Hm. Ich hätte dich aber gerne aus der Ecke saust. Ja. Nein. 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 Ja. Genau das wollte ich. Nur. Hm. Ja, was. Okay. Und das heißt. Wir bomben uns the sun. Sehr gut. Wir haben Zeit. Wir müssen uns noch nicht in den Bossraum reinbomben. Eventuell gibt es hier noch irgendwas zum Beispiel Herzchen, die ich verlieren kann und dann kann ich automatisch in den Bossraum und mir eine Bombe sparen. Aha. Ernsthaft. 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 Are you serious? reicht. Mal gucken, was du findest. Ähm... Na gut. Ne Toll-Bombo. Oh! Irgendwie sind doch nicht aller guten Dinge frei. Hä? Was war das denn? Es ist heute nicht mein Tag. Es ist Cain. Was ist los mit mir? Mein Isaac-Mana hat nachgeladen. Wow! Ich, ich, ich meine, ich habe es ja in anderen Videos bewiesen. Ich bin nicht so leicht zu töten. Aber jetzt habe ich mich quasi dreimal mehr oder weniger selbstgerichtet. Dingo. Hauptsache nicht Monster. Oh! Ja, ja, ja. Ui, ui, ui. Dabei bist du schon. Was? Ach ja, das war deine Phase. Dreimal auf den Putsch hauen. Oh! Wow, wow, wow. Und dann ausfluchen. Okay. Entweder in der Ausflucht. Und, und, und. Oh, da, okay, yeah. Okay, du machst auch Häufchen, deine eigenen Häufchen kaputt. So. Blutig aus. Ja, ja. Jetzt die Kacke am Dampen musste. Nein! Verdammt nochmal. Okay, das ist... Wuppsup. 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 Ja, ja. Ja, ja, komm. Ich habe dort einen Herzensschaden genommen. Das heißt, ein Deal mit dem Devil. Oh. Unwahrscheinlich. Speedball. Äh, Magic 8-Ball-Shot. Speed up. Hey, du hast mal mir Tiers abgegeben. Wieso tust du das nicht mehr? Okay, der Secret Raum könnte oben oder unten sein. Ich habe zwei Bomben und genug, um das rauszufinden. Ah, oh shit. Okay, ich bleib hier in der Ecke. Stehend, keiner verlässt den Daumen. Ah, ausgewicht. Glück gehabt. Rechte ich auch dir aus? Ui, ja. Pssst. Natürlich nicht. Das war auch viel zu sch... Oh. Daddy Long Legs. Geil. Geil. Was das ist, das verrate ich nicht. Yes. Ich habe drauf gehofft, dass da der Secret Raum ist. Ich habe auch genug Münzen. Um direkt weiter in den Shop zu gehen. Wow, weg. Da hätte ich fast, äh, wieder einen, meinen Isaac-Skill unter Beweis gestellt. PhD. Ich bin Kane. Aber ich bin kein... Luckfoot wurde geändert. Deshalb ist PhD die Better Pills. Und auch gleich eine Pille. Full Health. Oder The Sun. Nee, was? Tour of Hearts. The Sun war im letzten Run. Kurz bevor ich gestorben bin. Liebes Gedächtnis. Nein, was mache ich denn da? Also, kein Gedächtnis haben ist eine Sache. Aber die Fähigkeit, auf den Bildschirm nicht zu gucken, nicht zu nutzen. Hallo? Danke. Das ist eine ganz andere. Weiter geht's. Und? Gibt's noch ein Trauma? Ja, iiii. Je öfter ich das sie umso... Schnell rein! Okay, man kann nicht schnell genug da hinlaufen. Ja, das ist... Das ist gut. Toll. Was ist denn das für ein beschissenes Layout? Gut. Da. Daddy, zeig, was du... Zeig, was du... Uiuiuiuiui. Zeig, was du kannst. Hier, mach... Mach... Danke. Oh, lecker mich. Okay. Nichts passiert. Ich hab das Letzten wieder... Oh, jupjups. Jupjup, schieß nicht. Jupjup, schieß nicht. Longy. Oh, long... Longhand. Ich kann mir dazu Hilfe. Okay. Wo ist der Secret Raum? Ich hab eine Bombe mit... Oh, shit. Das hat nur so ausgewichen. Danke. Und weiter geht's. Ah, ja. Okay. Druckdosen träumen. Da bist du natürlich doppelt nützlich, Daddy. So. Es laggt, gell? Toot on command. Toot. Tooten ist also jetzt das neue Modewort zu kupfen. Verstehe. Hab ich genug Bomben? Vielleicht nach dem Bosskampf. Monstro. Monstro. Alter Freund. Alter, Freund. Alter, Monstro, Freund. Ich mein, ich mein, ich hab extra neu gestartet, den Rechner. Aber die ersten Folgen waren doch flüssig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, ouch. Vielleicht ist mein Rechner doch nicht gut genug für... Oh. Und den da wieder. Das hatten wir doch schon mal, dieses Layout. Eine Bombe. Okay. Äh. Ach ja, da waren diese Münzen. Die hole ich mir dann wahrscheinlich auch, um in den Shop zu gehen. Ich will jetzt mal gucken, was hier hier... Oh, ihr Schasch. Habe ich die Bombe für irgendwas noch gebraucht? Theoretisch ist eine rote Truhe könnte mehr wert sein als der Geheimraum. Oh. Ja. Ist das nicht... Nein! Ja. Oh, okay. Ähm. Verdammt. Ich will das blaue Herz haben. Ich hätte erst das blaue Herz nehmen sollen. Jetzt lohnt es sich nicht mehr dafür, rein und raus zu gehen. Aber lohnt sich? Äh. Gappis Halsband? Ich hab vergessen, was es gemacht hat. Eternal Life. Oh, ja. Ja. Oh, cool. Hier lande ich wieder. Und dann muss ich aber wieder raus. Versuche ich mich raus zu... Ah ja, natürlich. Versuche ich mich nicht raus zu sprengen. Ich hab ja hier den... Das frei gebombt. Aha. Aha. Okay, wenn ich schnell bin, nehm ich nur einen halben Schaden. Juhu. Ja. Ich hab ein ganzes Herz verloren. Bitte? Oh, das glaub ich nicht. Das glaub ich einfach nicht. So, Shop hat ein Fahrtfinder-Täschchen. Funny Pack. Filled with goodies. Und was für goodies soll das sein? Hallo? Kann ich damit Truhen öffnen? Nein. Habe ich Bomben, Münzen, Herzen? Nein. Filled with goodies. Ja, was für goodies. Krieg ich ein Herz, wenn ich eine Ebene tiefer gehe? Toilettenpapier ist alle furchtbar. Was für goodies? Ich halte es nicht mehr aus vor Spannung. Und ich halte es nicht aus, dass ich noch nicht ein einziges Mal die Bohne benutzt habe. Oh, ne, oder? Ernsthaft. Arrgh. Bombsar Key. Ja, das ist sehr nützlich, wenn ich Null von jedem hab. Ja, Daddy, hilf. Hilf mir. Hilf mir. Daddy ist... Ja, hier, da in den Häufchen. In den Haufen. Nein. Ja, danke. Erstmal euch. Und Daddy macht ihn in der Mitte platt. Danke. Münzchen. Viel zu groß geratenes Münzchen. Alles scheiße. So. Kaputt gestormt. Kaa. Kaputt gestormt. Danke. Nur den falschen. Jetzt noch den wichtigen Daddy. 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 Danke. Danke. Oh, yeah. Oh, yeah. Sehr ausscheiße. Ich bin so dumm. Ich hätte den wachsen lassen sollen. Dann hätte er mir hier schön das Freigesprengt. Da hätte ich die Truhe öffnen können. Aber nein. Nein. Nicht mit mir. Oh. Hier. Oh. Leo. Leo. Stomp. Wow. Coole Mähne. Und was ist Stormpy? Stomp 5. Was ist das für ein Raum? Der Münzen-Judgment. Der Herz-Judgment. Der Key-Judge. Ich habe keine. Hm. Also okay. Ich mache das einfach mal auf, weil ich es kann. Manchmal sind da auch Items drin. Nein. Äh. Da war doch einer, ne? Herzen kann ich später noch von... Oh. Das ist Stormpy. Ich will gucken, ob ich... Ne, okay. Er opfert... Er opfert die regulären Herzen. Was? War das? Wieso? War das ein Giftpilgen? Wieso ist das noch ein Giftpilgen? Was? I hate you. Ist das, weil ich die Bohnen habe? Oh, Leute. Eiei. Was? Scheiße. Hilfst du mir auch mal, Daddy? Ja. Danke. Letztes Herzchen. Oh. Ja. Okay. Mehr Schlüssel. Gucken wir mal im Shop. Ein Sparschwein. Geldmangel. Gibt es irgendwo Herzen? Nein. Ach. Natürlich. Ich habe Full Health. Aber will ich die echt jetzt schon einsetzen? Schauen, wann denn sonst? Okay. Stampi, 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 Stampi. Stampi, 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 Stampi. Aber das mit diesen hinterlistigen Pilzen, das ist schon eine Unverschämtheit. Aber das ist ein bisschen arm, dass du nur stampfen kannst und so geil aussiehst. Aber es ist ja, da kann ich mich ja nicht beklagen, das ist normal bei Isaac, dass es die Femmes gibt, die einfach nicht so sinnvoll sind. Und das ist ja gar nicht so sinnvoll. Es ist einfach nur verglichen mit anderen Gamebreaker-Items relativ schwach. Bombs-Akis. Mach ich das? Nee. Äh, was war nochmal da drin? Eine Truhe, glaube ich. Das heißt, ich habe hier ja eh noch zwei Herzen, oder ist hier nur noch eins? Wie ist es keins? Ach ja, weil ich draufgelaufen bin. Wie schön. Mach ich das dann echt? Kann ich dich stormen? Nein. Ja, was mach ich? Mach mal erstmal den Boss und gucken, wie viel Herzen wir danach haben. Hm? Gute Idee. The Fallen. Pups. Scheiße. Oh, okay, du bist klassisch. Aber du siehst auch nicht so schön aus. Diese Flügel sehen so komisch aus. Kann ich da über die rote Soße laufen? Nein. Nein. Ach so, ich habe Gapi. Schön. Mist. Alter, das wäre das vierte Mal, dass ich mit Cain scheitere. Was? Ey, heute ist einfach nicht mein Tag, oder? Oder ist heute mein Tag? Lass mich doch dein... Lass mich mit Full-Health dein? Aha. Bomben. Okay. Jop, jop, jop. Oder heißt dir Jimjems? Oder heißt dir etwa Dickdrys? Dickdars? Äh. Äh. Eklig. Wow. Ihr seid so stark. Ihr haltet einen Stampfer aus. Okay. Stampfer ist keine Garantie auf Instakill. Oh, yes. Komm schon, Stampfi. Hilf mir. Hilf mir, Daddy. Danke. Zwei Bomben und ne Münze. Totally worth it. Dann, äh, versuchen wir noch den Boss. Und diesmal begiften wir ihn nicht. Dieses... Die Bohne ist absolut wertlos. Sprengen wir euch auf. Oh. Ja. Yep. Yep. Sehr gut. Hat sich sowas von gelohnt. Ähm. Dann können wir jetzt nämlich... Ja, holen wir uns die Energie. Das Sparschwein holen. Piggybank. My Lifesavings. Jetzt habe ich sieben... Sieben Geld. Und ich hätte eigentlich 19, ich hätte vier Geld haben müssen. Die Frage ist jetzt... Drei Geld für eine Pille. Oder gehen wir zu Judgment? Ähm. Machen wir erst mal so. Acht, neun. Zehn, elf. Verstehe nicht... Verstehe nicht... Was... Hier passiert. Was macht Piggybank? Was Silmeister auch macht... Judgment, gibt mir was Gutes. Gibt mir was... Gutes. Gutes. Oh ja, das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Dann können wir... Oh. Die Box ist super. Gibt mir von allem etwas. Yep. Okay. Ach so, wir können... Ah, da. Tower. Oh, ja. Hm. Hm, 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 hm. Mal gucken. Spielen wir hier weiter die... Bank? Bloodbag! Genau dafür habe ich dich gespielt. Wieder Spoiler. Aha. HP ab. Wir nehmen die Tower-Karte bis zum... Für den Kampf. Und zwar, wenn... Äh... Wenn Phase 2 kommt. Also, wenn beide... Wenn er sich teilt. Oh, der Schlüssel. Den ich... Ich weiß nicht mehr, wieso, aber den ich gestoppt habe. Daddy! Danke. Nein! Shit! Ach, verdammt! Uh! Oh, was? Okay. Bombe verschwendet. Hauptsache, die freuen sich... Oh, Guppies... Ja, Guppies Head. Auf jeden Fall besser. Reusable... Flies. Definitiv. Okay. Was machen wir mit dem Geld? Nehmen wir doch die Pille. Are you a wizard? Muss ganz ehrlich sagen, finde ich... Bin nicht so der Fan davon. Oh, ist das echt... Das, was ich will? Ne, jetzt habe ich es eh gemacht. Aber... Wollte ich das? So früh? Okay, was full health? Our energy? Gib mir Energie. Achso, dann können wir doch... Das ist Bombe. Das hier. Können wir schon mal ein paar Fliegen spawnen? Und das war Are you a wizard? Na gut, dann wizarden wir... Das gilt aber auch nur für den einen Raum, oder? Wo ist der Secret Raum? Keine Ahnung. Sprengen wir dich in die Luft. Ja, komm. Vielleicht ist da noch die Secret Raum. Gut. Und was ist Piggy Bank? Das gibt mir, wenn ich ihn kaufe, die Hälfte des... Geld... Ich... Nein, nein, nein. Bloß nicht die Bohne. Okay, tiefer rein. Wir müssen bis zu Mom kommen. Ups. Kein Traum haben wir angeguckt. In den Bossraum. Kommst du nicht? Geht. Ah, immer noch der Wizard-Effekt. Lass nach. Danke. So. Wieso nur zwei Fliegen? Ich will drei Fliegen haben. Stomp. Na, kaputt geht ihr auch nicht so leicht. Geh. Danke. Ding, 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 ding. Die Musik. Atmosphäbischer. Gebe ich ja zu. Gebt einem ein... ein tatsächliches Gefühl... Oh Gott, kann man... Ein Gefühl dafür, was hier abläuft? Wenn das irgendwie Sinn macht? Man fühlt sich mehr wie Isaac, will ich damit sagen. Und zwar vor lauter Wut über Häufchen laufen und sie damit kaputt machen, weil man der Löwe ist. Oh, da ist ein Pilz. Wird auch wieder explodieren? Ja. Verdammt. Aber das Risiko werde ich trotzdem eingehen, aber ich würde eventuell beim nächsten Mal warten, bis ich den Boss besiegt habe, weil so habe ich roten Herzenschaden genommen. Es wäre so schön, wenn ich damit über Flammen laufen könnte, aber das geht natürlich nicht, weil das würde meine schöne Mähne fetzen. Uäh. Du hast dich gelohnt. Aber sowas von. Den Schlüssel wieder zurückbekommen. potenzielle Herzchen hingelegt für eine zweite Bloodbag zum Beispiel. Und Daddy hilft. Megamore. Oh, Gapki. Wow. Und? Wow. Und? Wow. Wow, 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 wow. Was? Macht das überhaupt einen Schaden? Daddy. Danke. Oh. Ja. Oh, Jabbatajabba Day. Super ausgewichen. Da muss ich mich doch glatt mal selber losen. Oh, Magic Mushroom. Sehr gut. Zwei. Äh, eins zu allen. Äh, Stats. Wie sagt man denn im Deutschen? Was sind denn Stats? Fertigkeiten. Deutsche Sprache. Schöne Sprache. Ja, ja. Okay, da könnte der Secret Raum sein. Äh, da könnte er sein. Aber erst meistens in den von drei Räumen umgebenden statt dem von vier. Und, oh mein Gott. Danke, Daddy. Kannst du die bitte alle erledigen? Ich will denen eigentlich nicht zu nahe kommen. Ja, Daddy. Das war aber nicht so wie geplant. Hat sich die Geschwindigkeit gerade gerutscht? Ist das ein gutes Zeichen? Ja, ich nehme noch auf. Äh, gehen wir gleich rein. Hm. Das ist ein bisschen zu masochistisch hier. Vielleicht können wir uns durchbromben. Nope. Ah. Isaac. Freu dich nicht so, wenn du über die Flammen gehst. Ich weiß, er freut dich nicht. Er ist ein Kind. das noch nicht einmal ein Glied hat. Geschweige denn ein A-Loch. Hast du wenigstens einen Bauchnabel, Isaac? Wenigstens das. Wenn du schon auf alles andere verzichtest. Wenigstens ein Drückgrat. Nein. Oh, Baby. gibt mir was Feines. Leckt mich. Gut. Das ist was Feines. Was ist das da oben? Eine Bombe. Ist da oben rechts was? Nein. Spreng ich dich noch auf? Ach komm, die anderen haben schöne Münzen gegeben und du gibst auch noch Münzen. Sehr gut. Da habe ich drei Pumier. Ja, ist mir doch egal, dass ich jetzt hier Herzen verschwendet habe. Komme ich da rein? Nein. Nur mit vollem, nur mit, äh, oh Gott. Oh, mein Gott. Shit. Oh, Daddy, hilf mir. Daddy, hilf mir. Daddy? Daddy? Okay, Daddy hilft. Jetzt nur noch einer über dich. Wo bist du? Da. Da, tot. Zur Belohnung fünf Münzen. Yeah. Dein mit dir. Aha, schönes Raumlayout. Raumlayout meine ich natürlich. Fliegen, fliegen, fliegen tot. Äh, oh, am besten gar nicht bewegen und dann doch ein Bildchen und sehr gut. Im Secret Raum war ich schon. Wow. Alter Mann. Hat kein Ged... äh, was? Ähm, okay. Gut. Ich hoffe mal nicht, dass da... Ja, natürlich spawnt da das Item. Was auch sonst. Habe ich noch eine Chance auf ein... Hä, näher auf einen Gamble Raum, auf eine Blood Bank habe ich keine Chance mehr. Dass da in der Mitte der Secret Raum ist, kann auch nicht mehr sein. Ja, hey, das Spiel hat sich bedürgt. Full health und full health. Greed. Oh, wow. Little Baggy. Extra pill room. Wo ist die zweite? Kann ich jetzt hin und her switchen? Ist, äh... Wo sind wir eigentlich? Caves 2. Ja, komm, spielen wir uns auch fünf hinunter. So. Ich habe genug Bomben. Wir spielen, wir spielen alles safe. Ja, bis das Ding jammt. Ups, man soll das nicht aussprechen. Aha, scheiße auf die Aussprache. 146, vier Münzen noch und dann. Alter, hab ich viel full health pillen. Das wäre so der perfekte Raum für... Moment. Ich habe doch Platz für zwei. Ich brauche die Energie nicht. Ich brauche zwei full healths. Ja. Sehr gut. Also das mit den Pillenstacken auch. Tolle Sache. Tolle, tolle Sache. Da sind noch Steine am Leben. Ich flipp aus. So, weiter geht's. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe nur ab und zu Lust. In der Truhe die Mastickungstod ausgesetzt zu werden. Still, Isaac! Oh, ihr. Na komm, geh hoch. Ja, schön, hoch. Komm, nochmal, hoch. So. Äh, euch brauche ich eigentlich gar nicht kaputt schießen, weil ich eh nicht an euch dran komme und weil ich ja so konsequent bin und auch das mache, was ich sage. Wieso, wenn ich schon so konsequent bin? Oh nein, benutze ich nicht Isaacs äh, Temp, Gapipent. Oh, zwei. Okay, ihr seid tot. Kein Problem. Wow. Ein Ring aus Fliegen. Woh, schnell weg. Was, ihr könnt hüpfen? Und was hat mich da getroffen? Nein, 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 verdammt, ich möchte nicht getroffen werden. So, Pille, toll. Ich hätte gern die Fähigkeit zu fliegen. Ah, da, 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 da. Okay, ah, nein, 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 nicht zu mir fliegen. Bleibt mir vom La, 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 Leib. Ja, hallo? Was? Kein Platz mehr, oder was? Oder ist das Full-Helf, aber die ist unten schwarz. So, ich nehme mal eine. Tatsächlich. Okay. Drei Full-Helf-Pillen. Dankbar sein für jeden Geschenk. Jedes Geschenk. Dankbar sein. Macht mich das eigentlich kaputt, wenn ich da hingehe? es geht mich nur, oh, warte, 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 weg. Oder doch da, ja, weg. So, so. Uh, was bist du? Du bist, du bist schön. Du bist ein großer Herz, will haben, mit einem Bändchen dran, will haben. Ich sagte, will haben, geht kaputt, damit ich dich haben kann. Es müsste ja ein Trinket sein, aber es würde trotzdem Zeit vergehen, wenn ich es aufnehme. Und eine Eisanne-Bagel sagt in diesen Trap-Rooms, nehme nie ein Item auf. Haha. Purple Heart. Challenge up. Challenge up? Ist das Spiel später geworden? Was? Ist das ein geheimes Achievement? Puberty! Nein, Puberty macht einen negativen Sound. Will ich nicht haben. Luck up. immer gut. Das hat ja beim anderen Isaac nur den Effekt gehabt bei, äh, äh, wie hieß das? Tough Love. Tough Love. Oh, ein schwarzes Herz. Geil. Oh, du bist nicht geil. Full Health ist geil. Sieben Schlüssel sind geil, aber da gehe ich trotzdem mal später hin. So, ihr wart nicht die Hüpfer, doch, wie um, auf meine Frage zu antworten. Danke. Danke, danke, Dosenbier. Alter, wie viel Full Health denn noch? Gib mir wenigstens eine Blutbank, dass ich das auch benutzen kann. Ah, ich bin so D-U-M-M. Pubertät! Nein! Du bist nicht meine wahre Pille! So, 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 so. Weiter geht's. Du bist nicht, äh, was? Uiuiui. Deshalb geht's da nicht weiter. Steh auf, Männchen. Gut, steh auf, Männchen. Ich muss dich gar nicht besiegen. Daddy kann das für mich machen, beziehungsweise. Gut, ich hatte dich schon mal, aber ich hab vergessen, was du bist. Cancer? Ach, das, ähm, Dingszeichen. Du bist Pubertät, gell? Wie oft denn noch? Da will jemand echt, dass ich durch die Hölle der Pubertät gehe. Und? Immer noch kein Creed. Und das Ding, das wie ein Bummerdang aussah, aber keiner ist, oder? Ach, ja. Kein Geld. Steine, Steine, muss Steine spachteln. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein Traum? Äh, was ist das für ein Traum? So, durchgekommen. Ach, an das Feuer komme ich eh nicht. Oh, hallo. Judgement. Ich will erst wissen, was der andere... Oh, nein, 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 nein. Ey, ihr hört nicht auf mit eurem Brimstone. Lernt das endlich. Wenn ihr Brimstone macht, dann hält das nicht so lange. Das ist nicht Pubertät. Das ist Bombs or Keys. Hat nur einen minimalen Effekt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist die Mutter von Isaac nicht gewesen, als sie zu viel Fernsehen geguckt hat. Apropos Vorsicht, das ist nicht Death. Death. Zwei Double Trouble. Are you serious? Scheiße, oh ja. To, to, toll, toll, toll. Double Trouble. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Double Trouble Raum geschafft, have I? Daddy, wie wäre es mit Hilfe? Hä? Nein? Oh Gott. Oh Gott. Ja, danke, 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 Daddy, Daddy, Daddy. Äh, der war da, weg da. Daddy, hilf mir verdammt nochmal, jetzt habe ich Schaden genommen. Oh, alter Chaos. Tschüss. Stirb. Okay, danke, dass du mir diese eine kleine Spinne getrümmtet hast, Daddy. Was hätte ich nur ohne dich getan? Was hätte ich nur ohne dich, Grootie? Eine, es tut... Oh, Glück. Stirb. Stirb, 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 stirb. Die Spinne dagegen gefällt mir sehr gut, besser als... Und? Was gibt es als Belohnung? Are you a wizard? Nein, danke. Ach. Jetzt. Ja, toll, gibt es trotzdem nur... Ich meine, Meat ist super, Meat gibt jetzt auch noch Damage. Äh, das Ding, das am... Ich habe vergessen, was das tut. Und man sollte eigentlich alle Items mindestens einmal genommen haben. Aber ich bin mir dafür zu schade. Also, ich fühle mich da nicht sicher genug, obwohl ich mehr als genug blaue Herzen habe. Ach, dann nehme ich's. Demon Wings. Zwei Herzen für die Fähigkeit zu fliegen. Ist trotzdem gut. Eigentlich. So objektiv betrachtet. Äh, Judgey. Don't judge me. Ja, hier ist das zum Beispiel jetzt kein Problem. Aha, meine 15. Münze. Und dann können wir das Geheimnis des scheinbaren Boomerangs lehren. Champion Belt. Damage und Challenge. Ah, ich erinnere mich, was Challenge war. Das ist hier auch das Abzeichen. Challenge bedeutet, dass... Was? Ghost Baby Spectral Buddy. Wie habe ich denn das verpasst? Hä? Bedeutet das... Ähm... Oh. Yes. Oh, geil. Okay. Spelunker Head. Der goldene... Ähm... Die goldene Fliege, was immer die macht. Weißer Saft. Ich werde nicht sagen, woraus er besteht, weil ich weiß es nicht. Und da er kein Ding Dong hat, ist es garantiert nicht das, was ihr denkt. Und wenn ihr an was anderes denkt, dann... Pfff... Dann seid ihr so alt wie Isaac. So, das habt ihr jetzt davon. Oh, ein benutztes Kondom. Pfff... Ja. Ne, danke. Kein Bock. Pfff... Kein Bock. Ich bin lieber ein Freilaufen da. Ah, diese Bilder. Ähm... Ja, was habe ich noch da? So ein Fischi? Oh Gott, was bist du für ein Monstro-Baby-Verschnitt? Das Spektral-Baby habe ich behalten. Mein Gemini-Kumpel. Ah, aber ich habe die Flügel verloren. Aber ich habe jetzt wieder vier Herzen. Ich hatte vorher drei, glaube ich. Einen Spinnfreund. Und... Achso, und äh... Distant... Oh, da-ba-da-ba. Du warst Sweet Suffering, Gimpy. Alles in allem hat sich dieser Raum... Äh... Ich war noch nicht im Secret Room, gell? Ach, ich habe ja Spelanker-Set. Wie seht ihr aus? Was sind das für Bomben? Nein! Oder doch? Verdammt nochmal, ich habe so viele Schlüssel. Wow! Cool! Äh, nein, 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 nein. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Geil! Nein, nein, lass meinen Kumpel in Ruhe. Geh weg! Mein Kumpel. Cool! Oh, nein, lass meinen Kumpel in Ruhe. So, weiter. Und das ganze Geld spende ich dann, äh, im Shop. Oh, ich bin... Lass meinen Kumpel in Ruhe. Oh, nein, die Tränen werden kleiner, was? Jetzt habe ich den Effekt, den ich vorher als... Als Wiggly Wurm hatte. Den habe ich jetzt so. Was war das? Ich hoffe, das sieht man bei der Aufnahme nicht, aber das hat wieder so komisch ge... Äh, geglitcht. Range up! Nehmen wir. Nein, shit, das war Schlüssel verschwendet. Moment. Oh, nein, ich kann nicht mehr zwei Gegenstände haben. Nein, 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 weg, 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 weg! Phew! Elf Schlüssel. Ich glaube, ich sollte mal langsam... Langsam aufhören. Ein noch. Zwei noch. Und... Ja, spreng ihn auf, spreng Judgment! Oh. Ach, du kannst mich hören? Sorry, so war das nicht gemeint. Ähm... 29... Äh, jetzt könnte ich Bombs-Archie gebrauchen, aber das war jetzt in der falschen Etage. Ich kann auch mal checken, wo der zweite Raum ist. Wo ist er, der zweite Secret Raum? Hier ist er überall nicht. Ja, dieses Zufall-Ding, ich weiß nicht, hat das jetzt meinen Run verbessert oder verschlechtert? Ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hatte. Das geht ja nicht nochmal. Okay. Äh, was? Hat das alles durcheinander gewürfelt? Sind jetzt auch im... Ja, was warst du? Bo-Go-Bombs. Eins plus eins. Boom. Stell dich da rein, Isaac. A black candle has appeared in the basement. Ja, krass. Im Gegensatz zu blue candle. Mit Spelanka hat können wir jetzt... Ach, jammed. Du hast Pubertät, gell? Okay. Wer feuert? Ghost Baby und der komische Baby. Was macht der Gemini? Der Gemini ist der, der die Spur macht. Nee, ich bin der, der die Spur macht. Bonbon! Wo ist der zweite Secret Realm? Und wieso liegt hier überall... Saft! Das einert mich da dann, wie kläglich mein... Airstar... Oh yeah. Eigentlich super, dass die Bank gejammt hat, sonst hätte ich dich glatt vergessen, lieber Jaji. Mom's Coin Purse. What's all this? Bombs are keys. Mach mal. Und dann können wir den anderen Judgment weiterspielen. Full health, our energy, luck up. Und gib mir die... Ach komm, dann benutze ich das einfach. Nee, wir spielen nicht den Judgment, den letzten. Aber wir nehmen die Bomben mit. Weil ich habe 33 Schlüsse. Ich habe das extra genommen, um... Oh, so trau dich, Will. Herzen. Herzen. Tja. Nee, wir haben genug. Ja, komm, es war lustig. Bad Gas. Nein, danke. Oh. Ja, bitte. Und geh tiefer. Vor allem, was mich interessieren würde, ja, da ist Kacke drin, wir wissen es, ist, sind all diese Sachen, die ich hier habe, sind die nur temporär oder habe ich die offiziell freigeschaltet? Warte, ich könnte hier ein O zeichnen. Envy! Buddy! Dich haben wir ja lange nicht gehabt. Oh, der Genemy! Mein Zwilling greift den an! Macht der auch Schaden? Yeah! Oh, geil! Oh, Gemini! Du bist ja ein geiles Item. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Aber auch ein bisschen, ich finde, diese Räume hätten später auftauchen, also diese Würfel-Räume, die hätten später auftauchen sollen, weil so kriegt man ganz am Anfang schon eine ganze Latte an Items zu sehen, innerhalb von einem Run, die man so nur nach und nach gesehen hätte. Ey, blaue Spinne, machst du eigentlich was? The Hanged Man. Ach, ich habe jetzt nicht mehr den Leo-Effekt, gell? Dann gucken wir mal. Oh, 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 oh! Was? Ich weigere mich. Ich weigere mich, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich da Schaden genommen habe. So ein dummer, überflüssiger Schaden, dass jetzt nicht... Ui, ui. Was? Nein! Das Sun. Besser als Full Health? Ich glaube schon, weil das macht noch so... Ach, ich hab den Leo-Effekt. Hey. Dann nehmen wir den, äh, den, äh, den, den Hanged Man, um die Schädel zu spalten und zu gucken, ob sich da drunter nicht vielleicht etwas Nützliches versteckt. Springen wir sie erstmal auf. Ey, das ist so ein geiler Effekt. Ich frag mich, oh, traurig. Aber wahr. You know it's sad but true. Waaah, goldener Haufen. Das goldene Stück Scheiße geht an dich. Das war doch ein Lied. Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Das ist nicht meine Unfähigkeit, das ist dieser Gravitationstyp. Hier guckt. Der ist ganz schön schwer zu handeln. Tschüss, Trollbombe. Ah. Der ist echt schwer zu handeln. Ähm, okay. Okay. Geduldsdaumen. Wir haben ja Zeit. Oh, Mann, ey. Wir spielen schon fast eine Stunde. Aber ich glaub, ich bin zwischendrin schon mal gestorben, oder? Ne, ich bin einfach nur lahm. Lahm, 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 lahm. Oh, what? Dabei ja keiner Chaos. Vor allem hab ich so viele Kollegen, die so aussehen wie die Gegner. Oh, schwarzes Herd. Zwei Tartor-Karten. So ein... Oh, Joker. Wheel of Fortune. Wondert ich gleich. Was will ich eigentlich von dir? Tower. Ach, nehmen wir ja den Joker mit. Das schwarze Herz. Gleich. Ich hab jetzt fest mit Judgment gerechnet. Ich hab noch kein... Spacebar-Item. Jetzt hab ich eins. The Devil. Und was warst du für eine Pille? Lemon-Party. Oh, krass. Oh. Iiih. Gitt. Äh, diese Bilder. Ich muss mir die Augen waschen. Häääh. Hähä. Hier, Meat Boy. Bandage Girl. Ich muss die ein bisschen angucken, so. Jetzt hab ich das aus dem Kopf gekriegt. Oh. Wobei das, ähm... Load-Album oder das Reload-Album von Metallica, das Cover davon, war ja auch von dem Künstler gemacht, der dazu sein eigenes, seine eigenen Körpersäfte benutzt hat. Und ich sag jetzt nur noch Dodd und Gelb. Und mehr sag ich dazu nicht. Jetzt muss ich nicht nur meine Augen waschen, jetzt muss ich auch noch meinen Kopf waschen. Und zwar die Innereien. Von der Seite aus sieht dieser... Guckt ihn euch mal an, wenn er zur Seite schießt. Hey, da. Sieht er wie ein Wal aus oder ein Fisch oder... So... 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 Euch... Von euch lasse ich mich nicht treffen. Das passiert mir nämlich öfter, als mir lieb ist. Moment. Ähm... Joker jetzt benutzen, weil das ist Mom-Kampf. Das ist beides mal Damage up. Nehm ich einmal und zweimal. Evil up. Your enemies will pay. Missing page 2. Oh. Your enemies will pay. Krass. Was immer das auch bedeutet. Es ist krass. Wo ist denn eigentlich die Tarot-Karte? Da unten ist auch noch ein schwarzes Herz. Oh. Das wird ja viel Backtracking. Da ist Hankman. Da oben ist noch ein Daumen. Ich war noch, glaube ich, noch gar nicht mit dem Daumen, oder? Das ist eine normale Opferung. Da. Okay. Ähm. Da war ich auch noch nicht. Oh. Okay. Du bist der Falsche. Du bist einer der Wichtigen. Du bist der Zweite Wichtige. Guck. Das ist... Wir sind in den Tiefen. Und da ist noch nicht mal Musik. Sondern nur... Düm. Dö-dö-dö-düm. Und wieder. Ich wiederhole mich gerne, aber... Punching back the scapegoat. Alter. Alter. Der Bildschirm ist ja jetzt voll mit Tiefen. Tierchen, die wie Gegner aussehen. Hääääh. Oh. Eine Münze nicht gekriegt. Who cares? Okay, Hankman. Äh. Nein. Hier noch nicht. Obwohl doch. Vielleicht. Ne. Ich benutze ihn hier. Ich will wissen, was da drin ist. Noch mehr Tato-Karten. Und ein Bösewicht. Ach ja. Man darf hier nicht anfeuern. Sonst geht er nicht hoch. Sonst ist er eingeschnappt und sagt... Nö. Nur nach unseren Regeln. Justice. So, ist da oben was? Ne. Wird gleich benutzt. Gibt uns von einem. Alles von einem. Will ich Full Health dabei haben? Nein, ich will die Sun-Karte haben. Wo ist die Sonne? Dü-dü-dü-dü. Kommen wir kürzen ab. Ich... Da oben die Räume waren irgendwie eklig. Du bist die Sonne. Die Sonne... Der Sonnenschein meiner Liebe. Meines Lebens. Nein! Nein! Was? K-L-U-K. Das so wär... Oh. Und wieso ist das so stark? Ja, genau. Diesen Raum wollte ich meiden. Konnte ich wenigstens auf dem Hinweg... Auf dem Rückweg dann nicht. So, Mutter. Ich komme. Ich komme, sobald ich... Da war's schon wieder. Oh, dieses Flammern. Ich sollte im Fullscreen spielen, aber es geht nicht. Oh, 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 oh. Okay, gut, 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 gut. Autsch. Was? Ich hab einen Schutz-Bubble. Ich bin... Wo ist dein Fuß? Wo ist dein Fuß? Gott, ist hier viel los. Ich kann nicht sehen, wer ist Freund, wer ist Feind. Bluecap. HP und Tears up und Shot Speed down. Put the cookie down, down, down. So, oh, wie ich es mag, die Steine zu fetzen. Njam, 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 njam. Okay, es dürfte jetzt sicher sein, dass wir, ja, wissen wir, du kriegst dir das Genick. Schlimm, 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 get over it. Also, mir fehlt noch ein bisschen was. Ja, könnte, hätte ein Item drin sein können, ist es nicht. Stattdessen ist es ganz viel Fisto, Alter, geht, ist es mir gerade zu viel, was hier abgeht. Außerdem hat das Spiel beschlossen, jetzt von Leggen in Superschnell zu wechseln. Was? Ähm, ja. In China fällt ein Sack, äh, Reizum und, äh, Binding of Isaac is broken. Alter, das tut mir in den Augen ja weh. Komm schon, komm schon, äh. Au. Autsch. Ja, guck doch mal, wie... Hat das sich wieder beruhigt? Nee. Das geht jetzt alles schneller. Ähm, ja. Okay. Solange... Ah, ich schieße auf mein Scapegoat. Ich fasse es nicht. Tartokarte und Chariot. Ja, eventuell. Three, hey. Oh nein, Arschloch. Nein, Arschloch. Äh, und wieso sind jetzt alle Räume offen? Spiel? Ähm, wieso habe ich davon keinen Schein? Spiel? Geht's dir noch gut, Isaac? Ja? Weil, äh, ich spinn's grad ein bisschen rum. Warum nicht schaffe ich's noch bis zu meinem Date mit Mutter? Oh nein, nein. Was? Was hat mir das wehgetan? Tarot-Karte. Tarot-Karte. Die Liebenden. Dann gib mir Liebe. Und die nächste Karot-Karte ist der Joker. Nämlich... Book of, äh... Belial. Für ein Herz werde ich im Prinzip Judas. Will ich Judas werden? Statt den Tarot-Karten für ein Herz? Ja, komm, werden wir Judas. Temporary Damage ab ist, was ich sagen wollte. Was ist das? Und kaputt war. Okay. Oh, was? Oh nein. Ey, das ist ein fieser Raum gewesen. Mit den Tränen, die schwächer werden, je weiter ich... je weiter entfernt ich bin. Oh, 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 oh. Ein Weißer. Was? Bist du... Ups. Das war vielleicht zu früh genommen, aber dann wieder rum. Ah, Kyle-U-K. Okay, was? Mama-Gurdy. Was? Wie groß bist du? Schnell, Book of Belial. Äh, was? Was? Hä? Autsch. Wieso, wieso hat das den Chariot-Effekt gehabt? Hä? Spiel! Ich hab das... Ich hab das Spiel gebrok... gebrokt... gebrokt... gebrochen. Oh, du willst Blumen geben, dann lässt man... Aha, du hast doch einen Penis. Moment, das bedeutet... Du kannst deinen Penis ein- und ausfahren. Du bist ein Tier. Völlig zu Recht trägst du diese Maske, du Tier. Du... widerliches... Isaac-Tier. Nein, 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 nein. Ist schon okay, Isaac. Nicht... nicht sauer sein, nicht traurig sein. Was erhoffe ich mir eigentlich von dir? Gar nichts. Spreng sie auf. Was? Wieso hast du deinen Kollegen nicht in die Luft gestrungen? Mönzen und Bomben. Jetzt guckt doch mal, wie ich durch die Gegend lasse. Und jetzt wieder nicht. Äh. Gemini, Fliege. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich umbringe. So. Äh, was seid ihr? Was macht ihr? Ach ja, okay. Ihr seid diese Leute. Oh, was? Hilfe. Hilfe. Was für ein Albtraum, Traum. Oh. War es das? Nee. Bin ich wieder unverwundbar? Was soll das? Oder ist das ein Effekt aus dem Zug? Ah, wahrscheinlich habe ich... Keine Ahnung. Ob das jetzt regulär vom Spiel ist oder ob... Äh. Was? Ach. Pimpi. Okay. Koti. Ah, nein. Nicht Schaden nehmen. Moment. Ich habe... Ah, nee. Ich habe mein... Ah, nein. Nein. Verdammt nochmal. Du bist ein bisschen seltsam in die Stunde gegangen. Okay. Was ist eigentlich das hier? Nichts. Ich habe noch fünf Leben. Muss es bis zu Mom schaffen. Ich habe noch das Sun. Umbilical Cord. Nein. Ah, nee. Oh, da ist es das wert. Ah, ich will nicht Schaden nehmen. Aber ich habe eh nur noch Dote Herzen. Ich kann das auch wieder auffüllen. Ja, natürlich mache ich. Komm. Gehen wir rein. Nein. Keil, okay. Das hat mich sogar gelohnt. Range up. Ja, ja. Dann habe ich halt zwei Schaden genommen. Nieder egal. So. Viereinhalb Herzen. Ja. Mini Gurdies. Oh Gott. Ihr wart mal... Im Basement wart ihr schwere Bosse. Und jetzt nehme ich trotzdem Schaden an euch. Ich will diese Herzen haben. Aber erst, wenn der Boden weg ist. Er ist weg. Gut, 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 gut. Das Auge des Todes. Dann weiter geht's. Gurdies. Aber die Mama Gurdie, die ist ja auch toll gewesen. Eventuell wäre das sogar ein Traum um. Scheiße. Book of Belial zu zünden. Wart wieder dieser Tritt-Effekt. Danke, dass du kommst, nachdem ich, äh, schon Leben verloren... Oh, Jumjum, Swiglas, Ui, was, wo, wie? Hä? Warum habe ich da keinen Schaden genommen? Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen verloren. Also, das Spiel hat mich irgendwie, äh, Meshugga gemacht. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Das ist ein bisschen frustrierend. Äh, Book of Belial. Mom's Heart. Wieso passiert das statt? Was passiert hier? Doch, ich nehme noch Schaden. Ich habe den sogar ausnahmsweise absichtlich genommen. Wire-Code-Hanger. Wird das... Oh. Deal with the Devil. Häh! Ich kann abkürzen. Ich kann in die Hölle. Ich kann zu Satan. Ja? Yes! Ich kann zu Satan! The Wire-Code-Hanger. Oh, krass. Slipknot. Korn. Kommt mir alle zur Hilfe. Gül-Shabao. Was ist das? Hier von euch. Nein, 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 Chaos. Wieso sterbt hier nicht? Oh. Jetzt habe ich zufällig wieder diesen Effekt. Und wieso kriege ich Kackhaufen? Ich verstehe es nicht. Zufällig passiert hier das Chaos. Krassiert es. Okay. Weiter geht's. Oh, ja. Die Maitre. So. Das Chaos geht weiter. Aber ich kriege dadurch, äh... Irgendwie blaue Herzen. Ich habe nie... Genau geguckt, wie ich blaue Herzen kriege. Aber es hat mit blauen Herzen zu tun. Meine ich. Sterb, 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 sterb. Jupp, tot. Und du auch tot. Okay. Noch ein Twitter? Jupp. Doppel-Monstro. Natürlich. Es gibt keinen Run ohne Monster. Und manchmal gibt es Runs mit zwei Monstros. Hm. Oh, Schaden genommen. Ist vielleicht doch besser so. So. Kommt noch was? Blaues Herz. Ich spare euch noch. Was? Bist du so ein Schlüsselding? Nein. Okay. Münzen. Sind völlig sinnlos. Aber... Ich habe das trotzdem gemacht. Und gerne gemacht. Weil ich hier... Abkürzen kann. Hoffentlich. Oh, The Fallen. Das wäre fast ein... Das ist ja auch die erste Phase von Satan. Okay. Das wäre auch fast ein... Boah. Dass das zufällig triggert. Das macht mich kippe. Lemon Party. Nein. Nein, nein. Nicht nochmal. Ich habe die Tränen noch nicht einmal gesehen. Tut mir leid. Weeeeee. Weeeeee. Ihr macht das Maul ganz schön weit auf. So. Nee. Oh, was seid ihr? Okay. Geister. 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 Ich sammle Münzen auf, die ich kann nicht einsammeln kann. Oh nein. Shit. Okay. Jetzt. Geist töten. Was immer passiert. Was ist. Ups. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu chaotisch für meinen Geschmack. Ich meine, okay. Das Chaos wird immer... Uuuuuh. Aber ich... Ich... Spare dich... Hebe dich auf bis kurz vor Satan, ja? Nein, keine Lemon Party. Da war aber noch ein Herz. Dich brauche ich jetzt. Okay. Wieder fast voll. Und weiter suchen wir nach Satan. Wenn wir schon in der Ecke sind... Oh du! Oh du! Oh 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 du! Schön im Kreis drehen. Ich weiß... Da ist noch... Da! Da! Ja stirbt, stirbt! Nein! Nicht springen! Sterben! Sehr gut! Gott ist das Chaos! Wieso mache ich das? Wieso gehe ich hier hin? Weil ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo es mir egal ist. Ey, ich hab nicht das Polaroid Also muss ich nicht halbe Herzintervalle haben Kann ich auch volles Herzintervall haben Den Traum da meide ich Okay, hoch Oh nein, 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 nein Du musst jetzt erst mal sterben Du kannst nicht sterben Shit So Okay, ich hab's verstanden Du gehst jetzt aus Hä Versteh ich nicht Ich versteh nicht Ups Moment, ne, da ich nicht Ah Dummer Schaden, Unnützer, dummer Schaden Aber okay Hoch oder rechts? Rechts Oh du Wow Und jetzt geht wieder alles schneller als sonst Ey, das ist Wahnsinn Aber es ist ehrlich gesagt nicht die Der schöne Wahnsinn Hm Ich sollte mal anfangen die blauen Herzen zu nehmen So, mehr als 99 kann ich Oh, du schon wieder Oh Oh, was Okay, jetzt wissen wir, dass man hier auch Schaden nehmen kann an den Tot Sehr gut Und dieser Effekt schon wieder Alter Chaos, 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 Chaos Da ist Satan Okay Nein Erst euch kaputt So Und Wheel of Fortune Bitte schön Ich brauche noch ein bisschen Leben Der Satan-Kampf wird wahrscheinlich schwer Ja Ja, danke Blaus Herz Blaus Was? Ist das der Maitre-Effekt? Moment Pretty Fly Super Nix Auch Was war das? Was war das? Was ist passiert? Ich möchte Herr über das Spiel sein Und wie verliere ich gerade die Kontrolle? Hä 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 So Gib mir Noch Herzen 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 Schneller Gib mir Herzen Hä Herzen 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 Verdammt Hab ich die Bombe gelegt? Yep Immerhin Ein Herz Okay Sechs Herzen Book of Book of Beleil Äh War da drin eins? Yep Sehr schön Zwei Vier Sieben Herzen Weil wenn ich vollen Herzschaden nehme Was wirst du? Ja komm Dann mache ich halt Schnell raus Diese Nur-Münzen Okay und da war noch das weiße Herz So Nicht vergessen Book of Beleil zu nehmen Und Saat Oh Gott Zählt das dann auch als Mom Run Wenn ich hier abgekürzt hab Das war ja bei Binding of Isaac Eigentlich ein Glitch Satan Ach shit zu früh Nein What the What the Stirb 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 Oh was Okay Vierte Phase Wahnsinn So Euch kann ich jetzt Spam Äh Okay Und das war's Satan Kampf Yeah Judas ist Da geschaltet Und A bag of bombs Und Ja ja Das Satan Ende Cheated Gut das sind die Klassischen Ähm Credits Also die klassischen Sage ich schon Die vom anderen Spiel Hier kam dann immer Jesus Loves you Ein verrückter Run Ich kann's nicht anders sagen Ein sehr verrückter Leicht verstörender Run Immerhin Satan Tot Judas Freigeschaltet Aus dem Lag In Turbo Mode Geschaltet Ich hoffe Das Spiel Hat sich dadurch Jetzt eingelenkt Und wird dann Ab nächstes mal In normaler Geschwindigkeit Laufen Ansonsten Äh Tja Nehmen wir Was wir kriegen Macht's gut Und bis dahin Abonniert Do